Wir haben eine Mission, und zwar den Lämm zu retten. Leider gab es in den letzten paar Streams harte Loose-Strecken, und zwar vier am Stück. Darum schreiten wir direkt zur Tat, Inferno, Europa, Pastrain, Cash. Sieht gut aus. Ich hoffe, dass dieses Spiel jetzt auch recht schnell läuft, denn ich habe noch einen Random-Stream versprochen. Wobei es ja so fast kein Random-Stream mehr ist, wenn man es schon ankündigt, aber ja. Und die Tage darauf werden dann weitere einfach folgen. Also jetzt nicht jeden Tag, aber so wie ich halt Zeit habe und Lust habe, werde ich die randomisierten Streams noch zu den festen Stream-Zeiten dazu packen. So, erstmal ins Team reinhören. Hallo Team. Oh, nice! Ich will den Tag nicht vor dem Abend loben, aber die hören sich sehr gut an. 1-A 3-2 Oh, ich habe hier sogar angefragt mit der Nade, sehr schön. Alter, krass, die callen da wahnsinnig. Yes, B, B, B. Shit! Aber einen Assist geholt, naja. Und das sieht gut aus, 3 gegen 2. Nice, 3 gegen 1. Komm schon, Jungs. Nice! Ich hau direkt Molly rein, Hardcore. 1-2 Ich helfe mal dem Kollegen so ein bisschen. Ah, die haben da abgesmoged. Oh, nice. Beide down, beide down. Krass. Alter, das sind... Alter! Das ist wie so ein gesteuertes Geschütz. Ich sag, wo was steht und er macht sie down. Alter, hört ja das an. Er hat einen Ace gemacht. Ah, ne, einer. Einer wurde ihm geklaut. Nice. Ich habe gestern im Stream schon so halb ernst gesagt, dass ich gerne jetzt ein Spiel hätte, in dem mich alle carryen. Hat zwar leider nicht geklappt, aber es kann da jetzt passieren. One smoke on A. Connect the smoke. I got Ivy. Red train one. Sehr gut, sehr gut. Ja, 2 gegen 2. Das könnte noch was werden. Ah, ich glaube, einer ist in Popdog drin. Ja, in front of Popdog. Nice. Das war jetzt aber echt unlucky. Ich weiß nicht, warum er direkt in der Seite... Also er wollte dem Kollegen helfen, aber er war ja dadurch kurz auch behindert in der Sicht. Schade, schade. Also, erstmal reinnaden. Double nade. Guck mal, easy. Ich erschrecke dann gleich, weil von hinten irgendwo einer gedackelt kommt. Und da ist der erste Kill für Fatih Pimmelberger gefallen. Nur weil ich den Connector gegangen bin, hat er mich nicht als erster von hinten... ...gepimmelt, ne? Nur deswegen. Oh, warum habe ich denn ne Decoy... Habe ich die gekauft? Bin ich besoffen? Popdog, man. Kiss out. Kiss down. One is Ivy. Ivy is coming out. Down. In front of Popdog. Na ja, immerhin wissen die Jungs, wo die Gegner stehen. Der müsste direkt bei der Bombe sein. Oh shit. Na, schade. Easy, easy, easy. Na ja. Wisst ihr, was wir nicht vergessen dürfen? Es ist eine brutale City-Map. Und es steht 4-3. Also wenn die jetzt nicht gerade irgendwie die schlechtesten Cities der Welt sind, dann... Äh, äh, ja. Erwartet uns ein ganz schönes Techtel-Mächtel. Wir haben keinen Ivy-Spieler. Ah, blau kommt. Das war ein... Das war... E-Box down. Der ist doch hier, oder? Alter, wow. Ich brauch nen Win. Der ist jetzt drin. Sonst kacke ich immer wieder irgendwo hin. Der ist hier, oder? Der ist hier irgendwo. E-Box down. Bomb down. In front of Ivy. Nice. Oh, Timeout. Ich glaub, da muss jemand kacke. Ich glaub... Oh, der Kollege ist immer noch nicht da. B-1. Upper B. He's down. One B. Side. More lead. Oil. One. Oil. Oil. Sorry. Nice. He's connected. Nice. Ich bin einfach durch die Feinde durchgerannt. Wer ist denn überhaupt raus? Ah ja, okay. Klar. Blau. Also wenn wir CT gut überstehen mit Bot, dann ist das ja schon mal nicht schlecht. I'm gonna smoke, Bob. Who's down? He's Olaf. One Olaf. Nice. Ich hab den zweiten. Hab ich aber gut gecallt. Sonst wär vielleicht auf die, äh, auf die Schnauze geflogen, der Purple. Also, vom Team her, absolut geil. Wirklich, richtig coole Jungs. Sind schön gut drauf. Macht Buck. Incoming. I'm gonna Molly, Upper B. He must be low, Upper B. Orange ist abgegangen. Der hat gerade den ganzen B-Spot, äh, alleine geregelt. Also, es muss er auch. Er ist alleine da, ne? Der Bot chillt. Wenn man den Bot perfekt abstellen könnte und ihm sagen könnte, was er für eine Waffe haben soll. Und man ihm sagen könnte, dass er nicht von seinem Spot weglaufen, sondern einfach nur abähmen soll. Dann könnte man ihn ja wirklich gut mit einer AWP vielleicht hier hinten irgendwo hinstellen. Wo die Gegner ihn auch nicht wirklich erwarten und auch nicht direkt sehen. Ähm, one is out. Team main. Und, äh, ja, dass er so ein bisschen, dass er so ein bisschen draufballert. Sorry, war's zu slow. E-Box, one. He's on Spot A. Half HP. You can see him, Orange. Last one planted. Nice. Wir greifen so dermaßen krass, äh, wie Zahlenräder ineinander. Die Calls werden direkt umgesetzt. Er hat nicht noch lange rumgepimmelt. Ich sag, du siehst ihn und er plantet. Orange geht ran und killt ihn. Ich darf nur nicht erster sein, weil dann läuft das Spiel nicht. Ich glaube, Blau kommt. I'm smoked. Connected smoke. Pump down. We got one, one, eh. Krass, Mann. Wir sind so am nudeln, eh. Hold my possession. Peacemaker. Komm wieder zurück. Beat the PC. Come on, dude. Shit. Naja, also... Ein L4 geht ja eigentlich. No? No rush or rush? Okay. Wir haben das bessere Aim, sagt er. Also ich auch. Finde ich krass. He's down, all down. Nice, nice, nice. Ich geh mal hinten runter. Ach, obwohl, wenn die eh alle bei City kommen. Nice. Zerstört. Ja, geil, man. Unser Kerl lässt jetzt komplett weg. Wir können das schon noch holen. Aber jetzt haben wir halt ein kleines Handicap. Down. Ey, quick, wie clear. Oh, my God. Ich würde eh mal B-Rushen. All the time. Da kommt man meistens halt auf den Plan zumindest. On train. Kommt, du, was ist ab dir? One is upper. Catwalk. Do you got smoke or something? One should rotate over A. Two come from behind. Wir warten kurz. Er kommt von hinten und dann geh mal ran. Gelb, gehst du jetzt mal runter? Alter, ist gelb taub oder was? Ach, gelbi boy. Was machst du denn? Soll ich runtergehen? Soll ich kacke, ey. Wir müssen schnell durch. Und die Situation da irgendwie auflösen. Putz, Alter. Merkst du gerade mal was, Alter? Ist mal okay. Ich sag ihm mehrfach, er soll von hinten kommen. Mehrfach. Slow. Nice. Alter. Die absolute Bot-Action, wirklich. Ich glaube, ich weiß schon, wie dieses Video heißen wird. Oh, der Bot. Nein, 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 nein. Nicht vorgehen, du, vorgehen. Der Bot. Nein, 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 nein. Ich geh jetzt nicht vor. Nice. Easy, PCA. Down. Kannst du mich, bitte? Ivy, ich bin der Plan. Ich bin aber auch am Regeln, Leute. Wahnsinn. Und, uh, defusing. Nice. Ähm, what the fuck? One E-Box, I think. Wo ist denn der Diegelfurz? Ich bin der Smoke für eine Bomb. Bombi, du kannst das planen. Flashing connector. He's on spot. Ooh. He's low, low HP. Eight HP left. Eight. Nice. Übrigens, hab ich grad die AK am Start, die im, äh... Nein, 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 nein! Äh, ich mein Bomb-Botti. Bomb-Botti-Karotti. Ja, die AK, die im YouTube-Give-Away grade rausgeht. Hilfe. What the fuck? One is Pop-Doc. Nein, ich hab ihn abgefrackt! Aber das kann er mir echt nicht erzählen, dass... We can try to plant. ...Prepel? One is connector. All right. Pop-Doc down. Nice. Ah, he's not defusing. Nice. Mann, 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 das hat echt gebockt. So muss es auch in den Fuhrgames laufen, genau so. Der Lem ist gesichert, die Bot-Action. Jetzt ist dann gleich random Livestream, von dem ihr viel zu spät erfahrt, weil ich das Video nach dem Livestream schneiden werde. Es wird jetzt die nächsten paar Wochen grundsätzlich immer mal wieder, vor allem morgens, beziehungsweise ich sag mal zwischen 9 Uhr morgens und 15 Uhr mittags wird es random Livestreams geben, nicht jeden Tag und halt so, wie es gerade passt. Und die normalen Streamzeiten stehen ja in der Beschreibung des Videos. Vielen Dank für eure Likes, vielen Dank für die Kommentare. Was mich sehr freut, ist, dass die ganzen Videos drumherum, die so kommen, auch mittlerweile viel besser geschaut werden als vor einem Jahr noch. Also wie jetzt eben diese Macht Spaß Videos, das Switch Best Office direkt gut angelaufen und so weiter und so fort. Das ist natürlich sehr geil. Danke dafür. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.